Guck mal, Axel und seine Kinder! Guck mal, Axel und seine Kinder! Guck mal, Axel und seine Kinder! Ja und Rafa auch! Von Axel und seine Kinder sieht genauso aus wie er! Ja, die könnten auch mein Rasenmäher gebrauchen! Guck mal, Union! Hinsetzen! Respekt an den Union-Fans! Hinsetzen! 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 Jetzt müssen sie sich hinsetzen! 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 Guck mal! Nic Ruth! W last Jahrге wird! Heitere! 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 Naja die versehen heute. Der kommt gleich. Da steht er. Guck. Am 16er Ecke. Zubub. Der kommt noch. Komm mal, dich geht an! Halt! Ein Dress. Ein Dress. Das occurren sie Dame. Ja! Kommt er! Ja! Irgendwann, Junge! Irgendwann! Wir sind alle Dorfbunner Jungs! Dorfbunner Jungs! Dorfbunner Jungs! Wir sind alle Dorfbunner Jungs! Dorfbunner Jungs! Dorfbunner Jungs! Wir sind alle Dorfbunner Jungs! Wir sind alle Dorfbunner Jungs! Wir sind alle Dorfbunner Jungs! Guck mal, die Paparazzi da! Die Kameras neben dem Motor, die ganzen Fotografen. Wuh! Wir sind alle Dorfbunner Jungs! 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 Nervous supporters! Ein Moment, ihr in einem Moment müsst ihr in deinem Leben immer festhalten, müsst ihr. Nervous supporters! Wuhuuu! Danke schön, danke schön, Mann ey.